schönen guten abend erst mal hier in die runde und auch zu hause oder im büro wo auch immer sie gerade online mit dabei sind soll ja ein radschnellweg entstehen der rs3 insgesamt 50 kilometer und der geht dann von herford bis nach minden und heute geht es um den ersten abschnitt von herford bis nach löhne dieser termin kann ja nur dazu dienen dass sie mehr informationen bekommen wir von ihnen was erfahren sie kennen die ecken teilweise am besten wir wollen uns von der alten denkweise verabschieden dass das fahrrad nur für kurze strecken verwendet wird und ganz wichtig es gibt noch keine festgezurrte linie alles was sie heute sehen sind vorschläge wir suchen gemeinsam die beste lösung für dieses projekt weil sie sind diejenigen die hinterher den radschnellweg ja auch nutzen sollen und man nutzt nur etwas was man auch gut findet ein großes augenmerk bei unserer planung für den rs3 liegt auf der anbindung an den öPNV um die wegeverbindung auch zu anderen verkehrsteilnehmenden herzustellen vielen dank für ihre meinung und fragen wir haben uns wahnsinnig gefreut dass so viele von ihnen gekommen sind bis dahin bis bald tschüss und 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 Untertitelung des ZDF, 2020